willkommen zusammen zu einer weiteren fahrt im tsv 2 wir sind unterwegs mit der baureihe 101 lokomotive 057 strich 8 in dieser wunderschönen european hier auf rail edition dazu gleich alles weitere schließen wir mal die türen fahrtrichtungswander ist schon in vorwärtsstellung so gehen wir auf signal beleuchtung führerstand beleuchtung und lasst mal aus momenten beleuchtung mal kurz hoch anzeigen helligkeit hoch so bremsen lassen wir mal sperren wir mal auf lösen die bremsen ziehen noch mal ganz kurz die federspeicherbremse komplett an so dann gehen wir einmal nach hinten signal leuchten auf spitzen signale sie fahr pzp und lzb an so pzp modus hervorragend dann setzen uns hin knipsen uns die afb an gehen wir hier auf 40 so dann haben wir soweit alles dann machen wir noch den scheibenwischer an jawohl und mit leichter verspätung machen wir uns dann jetzt auf den weg zug beeinflussen zug beeinflussen ja es regnet ein bisschen ein bisschen heftig heute so dadurch noch mal auf pzp wasser mir ist nicht ganz bewusst warum diese fläche hier rot ist das ist schon beim repen ein bisschen ja unglücklich gemacht das ist auf jeden fall in realität nicht so aber unabhängig davon ist das repen richtig richtig schön auf die seite also richtig schön alle details die man hier braucht jedes symbol ist sehr sehr hübsch nachgestellt wir haben hier die bahn für europa sport for europa rail pour l'europ sehr schön 200 kmh abschleppgeschwindigkeit also alles da was man so braucht so wir drücken wieder auf pzp wachsam schön dieses gebäude hier links die de bremse bremst hier noch schön mit rein geht gerade bergab das macht die afb ziemlich gut so ich wechsle gerne mal auf diese fahrmotor ansicht damit man immer sehen kann welcher motor macht gerade was das hier ist glaube ich ein dünner mann ja dünner donnerpass ok doch donnerpass dünner ja und hinten dran werden wir geschoben und der 101 so wir dürfen mittlerweile 60 fahren und ab hier dürfen wir dann 100 fahren daher fragen wir uns mal hätten wir schlinks machen können ich weiß leistung zurück auf die 100 und langsam leistung aufschalten wir sind ja noch unter 60 sogar und jetzt müssten wir wieder schon 100 fahren dürfen jawohl signal des grünen wie schalten wir nicht zu viel leistung auf einmal auf denn es regnet ich möchte ja kein rad schlumpf haben was ich etwas schade finde ist bei der baureihe 101 von virtual railroads im train simulator das ist so man hier bei der afb in der geschwindigkeit einstellt dann ist diese hier automatisch noch in diesem zahlen digit code zu sehen und das ist hier nicht der fall und ich weiß halt nicht was davon die realistische umsetzung ist denn beide loks sind ja von im grunde genommen von mike golds programmiert worden von trends in germany von daher ist natürlich irgendwie die annahme dass es jetzt hier bei dieser 101 richtig ist oder richtiger ist das war der train simulator 101 ja schon berechtigt weil sonst hätte es ja genau noch mal so gemacht aber anscheinend ist das ja bei der train simulator version wohl nicht ganz richtig aber ich weiß es nicht also falls tatsächlich dass jemand weiß wie sich das hier mit diesem v ziel stelle verhält gerne raus damit ich bin mir ganz ehrlich gesagt jetzt gerade nicht sicher wie das überhaupt ist mit der v ziel anzeige ob die überhaupt hier funktioniert nämlich unter einfluss der lzb weil da müsste sie ja theoretisch funktionieren da müsste einem jahr das v ziel angezeigt werden müssen wir mal ausprobieren irgendwie auf köln-aachend oder münchen augsburg oder so ja weiß ich weiß ich jetzt gerade nicht aber wir dürfen schneller fahren also falls das jemand von euch weiß wie das ist mit dieser anzeige hier in bezug auf die afb ohne lzb einfluss gerne mal die kommentare ob das so hier praktisch die umsetzung realistisch ist oder ob die train simulator version da doch die richtige ist würde mich auf jeden fall mal sehr interessieren was haben wir hier eine 182 so wir haben halt zu erwarten das ist ok halt zu erwarten und ein rotes signal von uns schön dass hier diese diese gleichstränge in der mitte mit eingebaut worden sind als signal ist grün das verhindern soll dass der zug aus der bahn fliegt sollte er entgleisen das wird immer bei brücken ganz gern gemacht oder auch bei weichen sehr engen kurven sieht man das immer wieder so wie es scheint so wie das signal verhalten so ist vielleicht geben wir gar nicht auf die höchstgeschwindigkeit sondern bleiben vielleicht bei so 100 km h ja ich sehe schon da vorne ist auch schon wieder halt zu erwarten ja gut dann fahren wir so bei 70 lohnt sich als nicht die kiste voll hoch zu drehen und dann wieder gefühlt eine notbremse machen so leuchtet zweimal weiß von vorne kommt auch noch ein dosto mit einer 112 mit einer 112 da vorne ist der 500er da vorne ist der 500er so 500 herz magnet leuchtet noch also aufpassen so 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 sehr gut wir haben freifahrt und freifahrt zu erwarten ja dann würde ich sagen bleiben wir so bei den 70 wir fahren wohl einem re hinterher ja dann ja dann so ja dann wir haben ja ja so freie fahrt ist ja gut so freie fahrt ist ja gut aber an sich ganz cool dass das immer wieder hier somit eingebaut ist so graffiti man muss nicht schön finden definitiv nicht aber man muss auch sagen es gehört objektiv gesehen wenn man einfach nur beobachtungen anstellt eben zum bahnalltag mit dazu leider aber das ist nun mal so dementsprechend finde ich eigentlich ganz nett dass hier das auch dargestellt ist so gut es scheint voll freie fahrt für uns tatsächlich offeriert zu werden daher gucken weil das vielleicht doch ein bisschen mal zeit aufholen und gehen mal hoch auf die 140 hauptsignal v-signal ist immer noch grün also der strecke fehlt es natürlich irgendwie schon so ein bisschen an kai verkehr aber ich glaube das ist eigentlich ganz realistisch so wie es jetzt ist denn ich denke dass auf dieser strecke in realität auch nicht extremst viel unterwegs sein wird jetzt riesen rieser zum beispiel oder münchen augsburg wo man also bei münchen augsburg definitiv sagen kann so da ist einfach im tsv viel weniger unterwegs als in realität aber auf der strecke münchen auf der strecke hamburg lübeck würde ich behaupten ist der kai verkehr ist schon ganz okay was aber natürlich absolut nicht realistisches ist das hamburg hauptbahnhof so leer ist das ist ja mitnichten der fall das ist hamburg ist glaube ich sogar der größte bahnhof deutschlands oder zumindest da werden die meisten züge abgefertigt pro stunde in deutschland glaube ich zumindest oder selbst wenn nicht dann immer noch ganz oben mit dabei und das ist natürlich überhaupt nicht repräsentiert am tsv aber wer weiß vielleicht kommt ja irgendwann noch eine andere strecke so was wie hamburg hannover und da hat man dann ja vielleicht schon etwas mehr rollmaterial auf das man zurückgreifen kann und dass man hier in den fahrplan mit einbauen kann tak妈 auch und und ja Machen wir mal mit der E-Bremse. Jawoll. Während wir hier am Bahnhof vorbeirauschen. Ah, der nächste Dosto. Sehr schön. Auch noch 112. Ja. Vielen Dank. Und auch das Signal ist grün. Aha, was sind das hier? Rechtsvögel? Also, wo kommen die denn her? Ah, die sind hier nicht mal verzeichnet. Also, du bringst die gesamte Strecke hier. Hier unten Hamburg. Das ist, glaube ich, das ist Rotenburgsort. Hier ist, glaube ich, Hamburg Hauptbahnhof. Und hier unten natürlich Lübeck. Ah, das sind Industriegleise. Aha. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Was mir hier ja so ein bisschen fehlt im TSW sind Oberleitungs... Ja, wobei anders. Wenn zwischen Pantograph und der Oberleitung eine gewisse Lücke besteht, dann entsteht da ja durchaus ein Lichtbogen. Oh, wir müssen runterbremsen. Zuckbeinflusse. 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 Das verstehe ich auch nicht. 90 gilt für genau diese 20 Meter. Und ab hier gilt wieder 110. Also. Ah, schade. Ja. Ups. Ja, 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 ja. Kühlfreigabe. 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 Zugbeeinflussung. 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 Ja, ha. Ich habe ein paar Mal mehr drauf gedrückt. Ja. Ich habe es noch im letzten Augenblick bemerkt, aber da war es schon zu spät, dass wir immer noch natürlich in der 85er Überwachung sind. Schade. 四llго gadd härimente Eichhade. Dann bekommen wir uns das nach ganz槌imus und auf auf das Influ Travis. Jungshade wurde noch nicht zurückgelegt. Ja. Ja. Ja, ja. 110 waren freigegeben also auf die hoch auf die 110 das finde ich mal so ruhig hier diesen bahnübergang genau also was ich im begriff zu sagen war eigentlich befordern die zwangsbremsen passiert ist es ging mir darum dass sehr schön darum das ist ja ganz cool wäre wenn man das sogenannte bügel feuer hat hätte so jetzt habe ich fast fünf minuten gebraucht um diesen satz zu ende zu bringen das bügel feuer also sprich wenn zwischen oberleitung und pantographia so ein kleines bisschen platz entsteht aus welchen gründen auch immer häufig weil die oberleitung vereist ist dann kommt er der pathograph nicht direkt an die oberleitung ran sondern da ist ein eiss schicht dazwischen dann steht dann das sogenannte bügel feuer das sind diese lichtbögen diese kleinen lichtblitze die man ja vermutlich jeder schon mal bei zügen oder straßenbahn gesehen hat lassen sich jetzt vor allem im winter vermehrt beobachten also wer es noch nie gesehen hat einfach mal drauf gucken auf so einen pantographen wenn die straßen man dann noch nicht vorbeifährt man sieht es fast immer vor allem wenn es eben kalt ist und im trendseminator gibt es auf jeden fall diese funktion da gibt es loks die das können diese programmiert sind oder ich weiß nicht vielleicht ist es auch die vielleicht ist auch an der oberleitung die so programmiert ist keine ahnung so beim tsw gibt es halt diese funktion noch nicht und das finde ich etwas schade weil das das ganze bild noch ein bisschen weiter aufwischen kann als einfach noch ein bisschen realistischer damit aussieht aber gut es gibt auch natürlich wichtigeres so ich würde halt gerne auch auf diese lichtbögen verzichten für das und dafür dann weiß ich nicht eine neue lok haben oder eine strecke zwei kilometer länger haben habe ich kein problem mit aber es sind ja auch manchmal einfach diese kleinigkeiten die man sich wünscht dass sie noch da sind und da ist ja tsw eigentlich ganz gut dass da immer mal wieder so kleinigkeiten eingebaut werden die man einfach gerne hätte solche nice to have die nicht unbedingt must have sind aber eben trotzdem dann dabei sind so was wir ihm dass die bahnübergänge eröffnen wenn der zug eine gewisse distanz zurückgelegt hat so ganz ehrlich das braucht keiner als funktion weil wir ihren zug fahren dann werden wir ja nicht sehen ob dieser bahnübergang hier links und rechts noch mal irgendwann öffnet oder nicht es kann uns herzliche gehalt sein wir werden es auch nicht sehen wie der schließt weil idealerweise ist das schon geschlossen sobald er in unserer sichtweite ist und trotzdem ist diese funktionen mit drin und mittlerweile auch schon vielen alten strecken auch eingebaut und in den ganzen neuen ist das sowieso von anfang an mit dabei das hat eben genau so eine sache so ein detail das ist sehr cool dass es da ist aber es halt nichts was man unbedingt haben muss aber man kann es ihm sehr wert schätzen weil es da ist und genau sowas wäre auch für mich das bügelfeuer das wäre cool gut man anders als zum bahnübergang wird man das bügelfeuer sogar zumindest in der außenperspektive sehen können und wenn man eine nachtfahrt hat dann kann man diese lichtbögen ja durchaus auch aus dem führerstand heraus erkennen das licht streut ja in alle richtungen dementsprechend jetzt blitzt es auch vor einem so ein bisschen heller auf insofern wäre das eine ganz nette sache eine ganz nette sache die ich dachte mir ich mache dieses video hier so als kleines intermezzo zwischen den beiden videos mit der baureihe 363 die ja die dostos auf meinen schwessert abschleppt und statt dass ich dann beide videos direkt hintereinander bringe dachte ich okay jetzt hier mal dazwischen unter city so eine lange fahrt ist glaube ich eine ganz nette entlastung ist ein bisschen abwechslung und als nächstes wenn ihr lust habt dann teil zwei meter 363 wo wir dann auch die dostos tatsächlich nach erschaffenburg dann bringen aber das kommt dann ja bald irgendwann auf diesem kanal da würde ich mich selbstverständlich freuen wenn ihr das sehen wollt wenn ihr da spaß dran habt wenn es lust macht weiter zuzusehen freut es mich natürlich extremst wenn ihr dem kanal ein abo schenken würde wenn ihr weiterhin regelmäßig videos von trends sehen wollte ich stelle euch ja mal sehr gerne neue sachen vor meistens sind es neu repaint genauso wie hier auch so ein repaint dass ich hier hier vorstelle ich stelle euch häufig die szenarien aus der community vor oftmals irgendwelche news aus dem bereich tsw manchmal auch andere zugsimilatoren und wenn ihr da bock auf mehr habt gerne abonnieren da würde ich mich sehr 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 freuen und wenn nicht auch nicht schlimm so noch 16 kilometer also die performance auf hamburg lübeck war auch echt schon mal besser also beziehungsweise auf hamburg lübeck war die bei mir immer relativ schwach aber auf anderen strecken ist die performance auf jeden fall durchaus noch auch so auch noch so im oberen 40er bereich haben wir frames per second weil ich auch noch neulich wieder ein bisschen was an meinen grafik einstellung nach oben geschraubt habe also kann es auch vielleicht daran liegen dass wir jetzt hier wieder ein bisschen weniger frames haben ich glaube irgendwie was an der draw distance habe ich verändert so weiter freie part so Ich schlafe schon nicht an. Wobei, ein bisschen müde bin ich halt jetzt auch schon mittlerweile. Aber nicht müde von der Fahrt, sondern vom Tag an sich. Es war nämlich ein langer Tag. Aufgestanden bin ich um 6.20 Uhr und jetzt gerade ist es 23.08 Uhr. Aber ich hatte mal wieder Lust ein bisschen Zug zu fahren, mal wieder ein Video zu machen. Also von daher kann das Bett auch noch ein bisschen warten. Ja. Ja. Ja, nicht mehr lange. Dann ist die Foslo G6 draußen. Was war das? Die gucken wir uns jetzt verständlich an. Ob an dem Tag noch ein Video kommt, weiß ich nicht. Aber spätestens am nächsten Tag dann. Aber wir wischen mal die ersten paar Meter zusammen in der Lok zurücklegen. Ja. 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 Ja, ja, ja. So, 90. Und die Ankündigung auf 60. Das machen wir mit der E-Bremse. Jawoll. Das machen wir mit der E-Bremse. 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 Ich frage mich, ob der auch vor uns gewesen wäre, wenn wir pünktlich abgefahren wären. Ich denke schon. Jetzt haben wir da vorne ein paar Güterwagen. Die 80er Ankündigung gilt aber nicht für unser Gleis. Oder? Die Berylian Rail Adventure steht da vorne. Noch mehr Rail Adventure. Die Berylian existiert ja, glaube ich, gar nicht mehr. Die Brücke finde ich immer ziemlich cool, muss ich sagen. Also auch echt gut gemacht von den Entwicklern, muss ich echt zugeben. Das ist ja schon nicht wenig Arbeit, vom 3D-Modell von so einer Brücke zu erstellen. Vor allem ist das auch keine 0815 Brücke, sondern hart gesehen. Das sind schon ein paar Details, die damit eingeflossen sind. So, ein Kilometer noch. Das Signal gehört uns, auch wenn es auf der linken Seite steht. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugümer. Zugübersung. 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 Und dann fahren wir in den Lübecker Hauptbahnhof ein. Türfreigabe, Türfreigabe, Türfreigabe. Ich würde gerne den Scheinwischer ausmachen. Nicht anhalten. Scheinwischer. Nicht nur das Notbremsventil. Werden wir jetzt ja nicht so schnell, lieber Zug. Okay, gut, wir fahren jetzt sowieso wieder raus. Ja, frechert hier die Verspätung. Bitte nicht einsteigen. Als Warnung für die Fahrgäste oder was? So. Huch, wir sollten besser anhalten. Schön die Geräuschkulisse. Sehr schön. Das ist auch ein schönes Foto. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Repaint. Und ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.